So, und nun machen wir alle ein bisschen Gymnastik und alle machen mit. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. So, und jetzt das andere Augenlied. Hoch. Ich werde jetzt ein bisschen jonglieren. Und als erstes jongliere ich zur Freude der ersten Reihe. Jongliere ich das hier. Oh, ja! Ah, das ist jetzt gebärgelt, das heißt jetzt aufgelassen. Jonglierer ich das hier. Jeder von uns kann jonglieren. Wir haben es schon untermal im Fernsehen gesehen. Ich werde es Ihnen beweisen. Ich habe hier einen ganz normalen Gebrauchsgegenstand, den jeder von uns zu Hause hat. Eine Bohnenkugel. Dazu nehme ich ein Ei. Der natürliche Feind einer Bohnenkugel. Die Spannung erreicht Ihren Hügel. Bitte meine Trommel, wir werden. Und einen Apfel. Ich werde jetzt diese drei Gegenstände vor Ihren Augen jonglieren. Während des Jongliervorgangs werde ich versuchen, in den Apfel zu beißen. Und nicht in die Bowlingkugel. Das ist gar nicht so einfach, meine Damen und Herren. Und diese Gegenstände haben alle eine andere Farbe. Ähm, Sie brauchen hier vorne keine Angst zu haben. Ich habe das schon mal gemacht. Einmal. Wollen wir dich lieber was anderes machen? Ach, da muss ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Ich habe das schon mal gemacht. Ach so, ich habe ja nichts gegen lange Haare, aber gepflegt müssen sie sein. Ein ostfriesischer Föhl.